Es zeigt mir ein Deutschland, was ich so noch nie gesehen habe, wo ich mich frage, ob ich dieses Land noch so liebe, wie ich es mal geliebt habe. Das heißt aber nicht, dass ich die Menschen in dem Land nicht mehr liebe. Ich spüre, dass ihr alle, dass viele von euch gerade auch nicht gut drauf sind und es euch nicht gut geht. Und viele von euch zu Hause sitzen und denken, scheiße, was passiert hier und so. Weißt du, ich spüre das, Digga. Ich will dann was tun, ich will was machen. Dazu noch anstacheln, dass Menschen sich gegenseitig beleidigen, gespalten werden, dass wir auf der Straße irgendwann anfangen, uns gegenseitig körperlich wehzutun, weil der eine geimpft ist und der andere nicht. Weißt du, ich meine, die Politiker haben noch mit uns gar nichts mehr zu tun, wenn ich denen zuhöre beim Reden. Ich glaub denen nicht, ich kauf denen kein Wort ab, Bro. Und diese Skepsis, die hab ich schon, seitdem ich klein bin. Und ich bin ein Rebell mit Herz. Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahrer am Kuder mit ner Bitch, der Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herzen wiegt über ne Tonne. Jeden Tag denke ich nach, wo, wie, was, um auszubrechen. Einfach lost im System. Ja, das können auch nur so eine Menschen, glaube ich, nachvollziehen. Es gibt, glaube ich, viele Menschen, die sich hier wohlfühlen und die sich auch egal, was hier durchgezogen wird und was für eine Realität hier gerade herrscht und was man darf und was nicht darf oder was man gezwungen wird und was nicht gezwungen wird, einfach wohlfühlen. Weißt du, weißt du, und die Leute, für die ist es auch das perfekte Ding, einfach so. Weißt du, die sollen auch bleiben und ich möchte gar nicht irgendwie deren Leben schlecht reden. Das verstehen immer so viele Menschen falsch, dass wenn man irgendwie sagt, ey, ich fühle mich in dem Land nicht wohl, dass man dann irgendwie alle Leute, die in dem Land leben, irgendwie irgendwas Böses möchte oder so einen Scheiß. Das ist es doch gar nicht, weißt du so. Nur weil ein paar Menschen sich nicht wohlfühlen oder wir jetzt hier, der Bruder und ich jetzt zum Beispiel, sagen, man fühlt sich hier voll lost im System, dann ist es kein Angriff an die Leute, die sich wohlfühlen in dem System. Weißt du, es ist genauso wie diese ganzen Diskussionen in der Öffentlichkeit, dass man, dass man, dass man, ja, nach dieser ganzen Sache so krass gespaltet wird, dass man gar nichts mehr sagen darf und dann sofort aneinander gerät und keine Meinungen werden mehr akzeptiert. Keiner respektiert und akzeptiert mehr das, was der andere sagt, sondern es wird immer nur gegeneinander gegangen. Wenn du nicht das denkst, was ich denke, dann bist du schlecht, dann bist du kacke. Und das finde ich halt traurig, Digga. Und das wird hier durch diese ganze Sache, die Leute, vielleicht kriegt ihr es nicht mit, aber ich war über zehn Monate nicht mehr in diesem Land und ich bin zurückgekommen in dieses Land und ich merke eine Riesenveränderung. Ich merke eine Riesenveränderung in der Gesellschaft. Ich merke eine Riesenveränderung in der Diskussion zwischen Menschen und so. Das wird halt immer extremer. Es wird immer, immer, immer extremer. Und es erinnert mich an, es zeigt mir ein Deutschland, was ich so noch nie gesehen habe und es zeigt mir ein Deutschland, wo ich mich frage, ob ich dieses Land noch so liebe, wie ich es mal geliebt habe. Das heißt aber nicht, dass ich die Menschen in dem Land nicht mehr liebe oder so. Weißt du, wie ich meine? Das ist es nicht, Digga. Die Menschlichkeit fehlt mir einfach. Und ich fände es schön, wenn wir einfach nur reden könnten, aber es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Yarem sagt, muss weg von hier, aber hab Angst, nicht mehr zurückzuwollen. Hahaha. Warum? Hab keine Angst, Bro. Ängste sind ein Bild, das bildest du dir nur ein. Es ist nie zu spät. Keine Entscheidung ist für immer. Du bist frei, Bruder. Auch wenn das mit jeder Nachricht und mit jedem, also wenn es hier so versucht wird, uns richtig einzutrichtern, dass wir es nicht sind. Du bist frei, Bro. Du bist frei, Digga. Keiner kann dir. Keiner. Einer fragt, Leon Frage, welche Länder, sagst du, haben noch viel Kultur, Menschlichkeit, soziales Leben bei Corona oder nicht? Fragezeichen. Bro, da habe ich leider nicht so viel Erfahrung. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß es nicht. Ich war jetzt in der ganzen Zeit nur in Mexiko und in Miami. Und in beiden Ländern habe ich so viel Freiheit gespürt, wie es hier schon lange nicht mehr gibt. Ich weiß jetzt nicht, wie es intern in Amerika aussieht. Das ist ja auch von Bundesstaat zu Bundesstaat wahrscheinlich auch nochmal irgendwie ein Unterschied. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich in Miami war, musstest du nicht mal eine Maske tragen. Du warst free. Und in Mexiko ist es, also in Mexiko ist es auf jeden Fall extremer gewesen als in Miami. Also in Cancun und in Playa und in Tulum, da bist du gezwungen auf jeden Fall öfters eine Maske zu tragen. Aber es ist halt, guck mal, das Thema ist da auch präsent. So wie es überall auf der ganzen Welt präsent ist. Es ist da auch präsent. Nur es gibt halt einen Unterschied in, wie die es handhaben und wie die handeln. Und vor allen Dingen gibt es auch einen riesen Unterschied in der Gesellschaft. Also wie man bevormundet wird oder nicht. Weißt du? Das zeichnet halt auch immer so ein bisschen die Kultur aus und so. Und wir sind halt so eine, wir bevormunden gerne andere Leute hier. Und reden gerne anderen irgendwas ein oder legen denen was in den Mund oder so. Und das passiert halt, ist halt drüben, ist mir das nicht einmal passiert. Also ich habe nicht einmal gesehen, wie Leute irgendwie streiten, weil einer keine Maske anhatte. Oder wie die sich irgendwie gegenseitig fragen, ob man geimpft ist oder nicht. So, das findet halt da einfach nicht statt. Keine Ahnung. Eidefikt sagt aber, die Veränderung hat doch nichts mit Deutschland zu tun. In den USA ist es noch schlimmer. Mit der Spaltung der Menschen. Nicht nur mit Corona, auch mit Klassen, Rassen und so weiter. Noch viel krasser als hier alles. Nicht alles, Digga. Ich habe es ja eben schon beschrieben. Ich habe es ja eben schon beschrieben. Ne? Aber ich war halt in Miami und Miami ist auch nochmal was ganz anderes als Restamerika. Ja, so. Ich weiß, jeder Mensch lebt hier vom Prinzip ein und dasselbe Leben. In anderen Ländern juckt es niemanden, wie du bist und was du machst. Nicht in allen anderen Ländern, aber das ist auf jeden Fall schon eine Sache. Das hat auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall Fakt, so teilweise, was du sagst. Und weißt du, das Ding ist, ich fühle das auch selber nicht, mich die ganze Zeit damit zu beschäftigen und auch jetzt im Stream schon so lange darüber zu reden, so. Und es ist nur, weil ich hier bin. Weißt du, wie ich meine? Es ist nur, weil ich hier bin. Drüben in Mexiko, wie oft haben wir in den Streams, haben wir über Corona geredet, Digga? Wie oft haben wir in den Streams über irgendwelche Zwänge oder irgendwelche so eine Sachen geredet? Weißt du, das war selten. Ganz selten. Vor allen Dingen auch, ihr wart auch an ganz anderen Dingen interessiert und ich weiß nicht. Manche Leute können es vielleicht nachvollziehen, manche vielleicht nicht. Aber ich finde das nicht geil, die ganze Zeit über so einen Scheiß zu reden, weißt du? Das macht mir keinen Spaß, Digga. Aber ich werde doch selber jeden Tag hier damit konfrontiert und ich denke doch selber jeden Tag über die Scheiße nach, so wie ihr auch. Und deswegen, ich werfe euch das gar nicht vor, dass ihr das in den Chat reinschreibt, weil ich selber so fühle und denke und selber die ganze Zeit irgendwie das Bedürfnis habe, irgendwas zu machen, zu tun. Aber ich kann nicht, weißt du? Ich fühle mich so ohnmächtig, Digga. So, weil sobald ich irgendwas sage oder tue, weil ich bin ja auch jetzt hier kein Experte oder so ein Scheiß, weißt du? Ich kriege vielleicht die Sachen auch nicht richtig auf den Punkt und das ist auch vielleicht auch gar nicht meine Aufgabe, hier in Deutschland irgendwelche Sachen anzusprechen, damit Leute endlich aufwachen oder irgendwie, weiß ich nicht, nicht alles mit sich machen lassen, ein bisschen Motivation geben. Das ist vielleicht gar nicht meine Aufgabe so, weißt du? Und es fühlt sich für mich auch nicht gut an, jeden Tag mich mit dem Scheiß-Thema zu beschäftigen, aber du wirst halt gezwungen. Du wirst leider gezwungen dazu. Und das, bro, weißt du, das ist so, ja, ich könnte das alles wegignorieren und so, aber ich bin halt ein Mensch, ich spüre diese, ich spüre das halt, weißt du? Ich spüre, dass ihr alle, dass viele von euch gerade auch nicht gut drauf sind und es euch nicht gut geht und viele von euch zu Hause sitzen und denken, scheiße, was passiert hier und so, weißt du, ich spüre das, Digga. Und ich könnte versuchen, das zu ignorieren, aber ich kann nicht, Digga, weißt du? Ich will dann was tun, ich will was machen, so. Keine Ahnung, vielleicht schwer nachzuvollziehen. Ich setze mich auch nicht hier hin und sage, dass ich die Wahrheit irgendwie, also dass ich hier weiß, was die richtige Lösung ist oder so, weißt du, wie ich meine? Ich habe doch keine Ahnung, Bro, Mann, Alter. Das Einzige, was ich doch machen kann, ist, mir das anzugucken, meinen menschlichen, also meinen eigenen Menschenverstand anschalten und gucken, was dabei rumkommt, so, weißt du, wie ich meine? Ich bin doch kein Virologe, Digga. Ich bin doch kein Arzt oder so ein Scheiß. Ich habe doch keine Ahnung, so, weißt du, was ich meine? Das Einzige, was ich sehe, ist, wie diese ganze Scheiße unsere Menschlichkeit in Deutschland hier in den Arsch fickt, so. Die fickt unsere Menschlichkeit in den Arsch, Digga, so. Und dann ist es ein falsches Management gewesen oder keine Ahnung, Digga, man hätte das irgendwie anders machen müssen, aber man darf nicht dazu noch anstacheln, dass Menschen sich gegenseitig beleidigen, gespalten werden, dass wir auf der Straße irgendwann anfangen, uns gegenseitig körperlich wehzutun, weil der eine geimpft ist und der andere nicht. Und sowas passiert, wenn du die Tagesschau-Nachrichten anfängst mit Danke an alle Ungeimpften wegen euch. Sowas führt zu noch mehr Spaltung, sowas führt zu noch mehr Hass. Und wenn ich merke, noch mehr Spaltung, noch mehr Hass, als es sowieso schon gibt auf dieser Dreckswelt, Digga, dann tut es weh, Bro. Und dann ist es nix Gutes, Digga, weißt du? Luft ist wunderschön, sagt Impfpflicht nicht. Die Regierung müsste Impfen ansprechender machen erstmal und hoffen, dass genug das freiwillig machen. Erstmal muss es doch auch vernünftig, realistisch gezeigt werden, dass das auch was bringt, so. Weißt du, was ich meine? Es kann doch nicht sein, dass dann eine Impfung kommt, wo die Leute dann sagen, ja, nach der Impfung darfst du dann und dann ist alles safe, dann ist alles cool und dann wird nach zwei Monaten gesagt, nee, noch eine. Und dann wird nach einem Monat gesagt, nee, jetzt Booster, Digga. So. Oh, neue Variante. Noch einer. Noch einer. Noch einer. Jede Woche neun oder was, Digga. Das ist doch auch nicht die Lösung von der ganzen Geschichte. Weißt du, wie ich meine so? Es fühlt sich auf jeden Fall nicht so an. Weißt du, ich rede jetzt hier gerade für die Menschen, die genauso da sitzen wie ich, die jetzt keine krassen Virologen oder Ärzte oder so sind, aber einfach nicht wissen, was soll ich noch machen, Digga? Was soll ich denn noch machen, Bro? Ich stelle mir gerade die Leute vor, die sich schon zweimal impfen lassen haben und immer noch da sitzen und dann irgendwie so eigentlich gefühlt immer noch dieselbe Ansteckungsgefahr und alles das Gleiche ist, Digga. Weißt du, wie ich meine so? Es muss doch erst mal irgendwie Sinn ergeben, Bro. Und ich möchte auch mal, dass irgendeiner mal mit uns redet, Bruder. Nicht, dass da sich einer hinstellt und irgendwas abliest, sondern dass mal ein Mensch sich hinstellt und menschlich uns klar macht, was los ist, Digga. Wo man das Gefühl hat auch, da steckt ein Mensch dahinter. Das ist jetzt Herz, das ist jetzt Emotionalität vielleicht auch ein bisschen so. Weißt du, ich meine, die Politiker haben noch mit uns gar nichts mehr zu tun, wenn ich denen zuhöre beim Reden. Ich glaube denen nicht, ich kaufe denen kein Wort ab, Bro. Und diese Skepsis, die habe ich schon, seitdem ich klein bin. Weißt du? Beziehungsweise seitdem ich dann jugendlich erwachsen geworden bin, wo ich dann gemerkt habe, wie oft die uns schon verarscht haben und wie oft schon, wie weit die eigentlich von unserer Gesellschaft weg sind, wie weit die von dem weg sind, was wir sind und wir leben, so. Da habe ich irgendwann den Glauben verloren, Bro. Und ich bin ein Rebell mit Herz von Grund auf, so. Weißt du, nehmt euch, ihr müsst euch kein Beispiel an mir nehmen. Ich bin vielleicht auch kein gutes Beispiel, weil ich bin Rebell mit Herz, Digga. Ich komme aus einer rebellistischen Familie, so. Meine Mutter ist schon aufgestanden für Themen, Digga. Da war die 17, 18 irgendwo in Berlin, in Kreuzberg, wo es noch richtig wild war. Weißt du? Das ist in unserer Familie verankert, in meiner DNA. Ich bin ein Rebell, so. Und das heißt noch lange nicht, dass ihr mir alles glauben müsst oder dass ihr mir folgen sollt oder so eine Scheiße, Digga. Aber ich bin halt so, wie ich bin, so. Und so eine Charaktere sollte es auch geben dürfen, ohne dass die dann tot gemacht werden, irgendwie. Weißt du, tot gemacht werden, so. Man hat versucht, mich tot zu machen. Man versucht, mich vielleicht immer noch sogar tot zu machen, so. Ich finde es nicht cool, Digga. Jeder soll sehen, wie er es sieht. Rebell it in man. Rap-Rebellismus, Digga. Du schadest dir nur selbst, sagt Laura. Glaub mir, glaub mir, das ist nicht möglich, so. Ist nicht möglich. Und ich schade mir auf keinen Fall selbst, wenn ich rede, was ich fühle, wenn ich einfach ich selbst bin. Man kann sich so nicht selbst schaden. So andere Leute schaden mir danach vielleicht, aber ich schade mir selbst auf keinen Fall, Bro. Ich bin einfach nur ehrlich zu mir selbst und auch ehrlich in der Öffentlichkeit. Ich bin einfach genau so, wie ich bin. Und nicht anders. Und ich werde mich für niemanden verstellen. Auch nicht für meinen Erfolg und für meinen fucking Algorithmus oder für irgendeine Scheiße. Ich werde mich dafür nicht verstellen. Ich werde mich dafür nicht verstellen. Es wird nicht passieren. So. schauen, wir hören, dich heben. Und ich få das hier Ganze tutti. Und ich werde